Das ist so. Ja. 10 Kilometer für die Wagonie. Danke. Let's go. 20 Minuten oder doch halbe Stunde? 20 Minuten. Für dieses schöne Gefährt, Leute. Hau mal vor. Ich dachte kurz sie reißen. Down ist down. Deswegen ja hier festhalten. Für deine Knie sollst du dich ja dann hier festhalten. Guck mal da ist das Lager. Schön. Schön, oder? Guck mal. Bremse greift super. Oh Gott. Ja. Jetzt keine Bremse, oder? Ja, das ist glaube ich eine. Aber die greifen nicht. Die war kurz weg, aber... Nein. Ja. Ich habe wieder hinten greift, aber ein bisschen. Nein. Ah! Das ist ja auch mehr als Kliniell gewesen. Oh, man.